Das Promi-Geflüster, heute ja ein bisschen weihnachtlich schon mal angehaucht, denn das darf auch sein, wir sind ja mittendrin in der Adventszeit und am kommenden Sonntag ist ja schon der erste Advent, ja und die Adventszeit ist dies ja auch ein bisschen kürzer, denn wie es so ist, der vierte Advent fällt auch noch auf Heiligabend, aber das macht gar nichts, weihnachtlich geht es auch im Fernsehen zu und eine schöne, schöne episodische Reigen, ein episodischer weihnachtlicher Reigen, den gibt es jetzt am kommenden Sonntag, am 3. Dezember. Nette Geschichten, komödiantisch, dann auch ein bisschen ernst und ja, einen Part oder einen von dieser Geschichte, den habe ich jetzt heute bei mir, den Florian Bartolomei und da sage ich jetzt erstmal Hallo und Herzlich Willkommen, grüße dich. Hallo, schön, dass ich da sein kann, hallo. Ja, ich habe es gerade gesagt, nette Sache, am 3. Dezember, 1. Advent, 20.15 Uhr, das ist ja immer so die Herz-Schmerz-Sendeplatz sozusagen, da gibt es auch sonst immer die Pilcher-Filme etc. und das am Sonntag im ZDF, genau. Und jetzt weihnachtlich. Es ist ein wunderbarer Sendeplatz, also ich finde einen Weihnachtsfilm am 1. Advent rausbringen zu können, ganz toll. Und ich hatte ja eh immer schon so ein bisschen den insgeheimen Wunsch, mal einen Weihnachtsfilm zu haben. Wenn man so die ganzen Filmgenres mal durchgeht, dann kann ich jetzt hinter die Weihnachtsgenre, kann ich einen Haken setzen und das Weihnachtspäckchen ist wirklich ein schöner Film geworden. Genau, das Ganze heißt, Weihnachtspäckchen hat jeder zu tragen, deswegen habe ich auch hier bei mir ein bisschen Weihnachtspäckchen schon mal drin. So muss ich es nehmen, genau. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen soll es ja schon ein bisschen die verabspiegeln sozusagen. Und wie du gerade sagtest, deine schönen Filme oder beziehungsweise einen Weihnachtsfilm abgehakt. Wer dich kennt, du bist sonst eigentlich eher in vielen Krimis zu sehen und meistens doch irgendwo der Bösewicht. Das stimmt, nur in diesem Film bin ich ein absolut lieber, freundlicher Bäcker. Meine Figur hat es gerne sehr ordentlich und plant gerne seine Zukunft. Und es wird so ganz kurz vor Weihnachten, wie es so ist, wird die Welt auf den Kopf gestellt. Und ich freue mich einfach sehr, dass mir der Film angeboten wurde. Also das war eine tolle Arbeit und wo man dann auch einfach zeigen kann, man kann natürlich die bösen Rollen spielen, die spiele ich auch wahnsinnig gerne. Aber es geht ja auch in die andere Richtung und man ist einfach ein lieber, fürsorglicher, überforderter Bäcker. Und jetzt kommt es, das ist noch was ganz Spezielles dann, ein schwules Ehepaar sozusagen spielst du da mit deinem Partner. Und Kinderwunsch habt ihr auch und der wird so kurz vor Weihnachten, glaube ich, da noch erfüllt. Ja, wir kriegen ganz kurz vor Weihnachten, kriegen wir die Nachricht, dass wir ein Kind in Pflege nehmen können. Und das haben wir uns als Paar in dem Film schon lange gewünscht. Aber das ist so kurzfristig, dass man ein wahres Christkind zu Weihnachten bekommt. Stellt halt die Welt dieses jungen Paares auf den Kopf. Und ich fand das eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem Jakob Matschens, der hat meinen Partner gespielt. Und es heißt ja immer beim Film, ja mit Tieren drehen und mit ganz kleinen Kindern oder mit Babys drehen. Das ist immer sehr kompliziert, weil man es nicht kontrollieren kann. Aber wir hatten ein so tolles Kind, eine ganz, ganz tolle Mama und das war eine große Freude, die Arbeit. War es jetzt eigentlich auch schwierig, so in die queere Richtung zu spielen oder? Eigentlich nicht. Also Jakob und ich, wir kennen uns schon lange sehr gut und wir hatten da keine Berührungsängste voreinander. Oder ich habe auch in der Vergangenheit schon homosexuelle Rollen gespielt, Coming-out-Filme. Und deswegen, ich habe da als Schauspieler keine Berührungsängste mit dem Thema. Ich finde es eher schön, dass man seine Perspektive da noch erweitern kann und einfach sich anschaut, wie sieht denn so eine Perspektive in Deutschland aus, wenn ein schwules Paar ein Kind in Pflege nehmen möchte. Und das wird ja auch thematisiert, vielleicht wird das Kind ja gehänselt in der Schule. Oder nein, das Kind braucht Stabilität und Liebe und Geborgenheit und das können wir ihm genauso geben wie an Eltern, wo Mutter und Vater da sind. Ja, es ist natürlich immer doch noch ein bisschen ein Thema, was in der Gesellschaft vielleicht noch nicht so angekommen ist. Aber ich denke mal, in der heutigen Zeit soll das eigentlich gar kein Thema mehr sein. Deswegen finde ich es umso besser, dass es Teil von diesem Film ist und dass das einem großen Publikum am ersten Advent Teil des Films sein kann. Es sind ja viele Episoden in dem Film und wir sind eine Episode davon und freuen uns sehr, da so einen Teil von einer ganz bunten Gesellschaft abbilden zu können. Genau, also unbedingt, wie gesagt, einschalten am kommenden Sonntag. Weihnachtspäckchen hat jeder zu tragen, 20.15 Uhr, beste Sendezeit und den ersten Advent gemütlich ausklingen lassen. Ihr habt gedreht im Mittenwald bei Garmisch da unten. Ja, der unterste Zipfel in Deutschland. Also ich war schon mal in Garmisch zum Wandern. Ich gehe immer gerne im Sommer wandern. Ich hatte selber nie wirklich Berührung mit Wintersport, aber konnte da natürlich die Berge bei Schnee sehen. Eine fantastische Gegend. Also wunderbar, herzliche Leute, tolles Essen. Das war zauberhaft teilweise. Der Schnee, den wir uns so sehr gewünscht haben für den Film, der kam dann auch Gott sei Dank noch. Da gab es den einen Morgen, da lagen auf allen Dächern dann Schnee und wir konnten die Aufnahmen machen, die wir wollten. Das war toll. Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Ich meine, so schneesicher sind ja die Winter bei uns leider nicht mehr. Deswegen, wie lange Vorlauf war jetzt da für den Film? Da müsst ihr ja letztes Jahr oder letzten Winter sozusagen gedreht haben, ne? Ja, wir haben im Februar gedreht, Januar, Februar, was natürlich auch komisch ist. Den Weihnachten ist gerade vorbei und dann holt man alles wieder aus der Kiste und baut das wieder auf. Das kam aber bei den Bewohnern von Mittenwald, kam das ganz toll an und auch bei den Touristen, die dort waren, die fanden das ganz, ganz toll. Und wir haben versucht mit viel Dekoration eine zauberhafte Weihnachtsstimmung herzustellen. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Aber der Schnee, der hat eine Weile auf sich warten lassen. Es war dann ein doch wärmerer Winter letztes Jahr oder letzten Winter und wir hatten Glück. Wir hatten Glück, es kam noch mal Schnee und wir konnten die Aufnahmen machen. Das ist wirklich schön geworden. Man kann es ja auch jetzt ein bisschen schon im Vorfeld in der Mediathek sehen. Man kann auch da, glaube ich, schon mal reinschalten. Wer es jetzt nicht bis zum ersten Advent sozusagen erwarten kann, dann ruhig schon mal jetzt reinschauen. Aber wie gesagt, am ersten Advent ist es, glaube ich, besser. Wunderbar. Und ich glaube, danach, auch wenn man danach in der Weihnachtszeit noch einen Weihnachtsfilm braucht und es vorher verpasst hat, ich glaube, er ist einige Wochen in der Mediathek zu sehen und da kann man das gerne, gerne betrachten. Sehr gut. Wie sieht es bei dir noch aus, Weihnachten oder erst mal die Vorweihnachtszeit? Wie läuft die bei dir hektisch oder hast du schon alles beisammen? Ich habe noch nichts beisammen. Und natürlich ist es eine Tradition, dass man sich am 22.12. fragt, habe ich denn alles? Und dann auch mal in so eine innere Panik kommt. Ich hoffe, ich werde diese Tradition irgendwann los. Wie gesagt, ich fange jetzt an, Deko aufzubauen. Ich habe alles aus dem Keller geholt. Und die Weihnachtszeit wird geplant. Das Erste, was ich habe, ist mit einigen Freunden so ein großes Weihnachtsessen, wo wir vorab kochen wollen. Und das ist so eine Tradition. Die wir einführen und weiterführen wollen. Und deswegen gehe ich nachher mal in den Supermarkt und hole ein bisschen was für ein erstes Weihnachtsessen von Freunden. Okay, sehr gut. Ja, du lebst in Berlin. Ich glaube, mittlerweile ist da der Winter eingekehrt, wenn man so die Nachrichten hört, oder? Ja, es ist alles Schneeweiß, was zauberhaft ist. Also wirklich zum Dezemberanfang alles Schneeweiß. Ich finde es toll. Mal gucken, wie lange es so bleibt. Man zieht sich warm an. Genau, bei uns, da wo ich zu Hause bin, Reutlingen. Wir haben leider noch kein Flöckchen gesehen. Also zumindest im Tal sozusagen. Und oben Schwäbische Alb und Schwarzwald. Da ist es doch auch schon weiß. Das ist ja auf alle Fälle. Ja, und Weihnachten selbst noch? Ja, so traditionell mit Familie dann, denke ich mal. Ja, absolut. Familie. Und es wird, glaube ich, einmal, wir sind sehr froh über die Nachricht, dass die Deutsche Bahn nicht streiken will. Wir werden einmal den Weg mit der Deutschen Bahn durch die Bundesrepublik gestalten, die Familie besuchen. Genau. Und das Wichtigste ist irgendwie beisammen sein mit den Lieben und dann das Jahr ausklingen lassen. Genau. Also wenn es kein Streik ist, wer weiß, was die Bahn dann sich sonst übereinfallen lässt. Ja, mal gucken, ob es alles gut durchläuft. Wir sind mit Proviant gepackt, mit Plätzchen gepackt in der Deutschen Bahn und hoffen, wir kommen einfach gut an. Wobei, das wäre ja eigentlich auch mal eine nette Sache. Weihnachten im Waggon der Deutschen Bahn feiern, ne? Ja, es gibt ja immer wieder, ich glaube, so ein Weihnachten bleibt dann doch wirklich im Kopf hängen. Es gibt ja manchmal Weihnachtsfeste, die verschwimmen so ineinander, weil man immer dasselbe so ein bisschen plant und man kann die Jahre gar nicht mehr von trennen. Aber ich hoffe doch, dass dieses Weihnachten nicht im Zug gefeiert werden muss. Wobei das vielleicht schon wieder eine Geschichte für den nächsten Film sein könnte. Es wäre ein Superfilm. Also jetzt, wo du es sagst, es wäre ein Superfilm. Ich fände es klasse. So vom Speisewagen in die erste Klasse, in die zweite Klasse hin und her. Ist doch wunderbar. Mal raus. Ärger, dann aber auch magische Momente. Na klar, natürlich. Natürlich. Das bleibt jetzt unter uns. Wir machen das Drehbuch, oder? Das machen wir. Das machen wir. Da fangen wir an. Wir haben es ja schon fast. Wir wissen am Ende, Happy End. Es muss Happy End sein. Also bei so einem Film. Auf alle Fälle. Ganz klar. Alle kommen an und sind dann doch glücklich. So ist es. So ist es. Also, in diesem Sinne, sage ich mal, dir eine schöne Weihnachtszeit. Frohe Weihnachtszeit. Und ja, man kann schon sagen, einen guten Rutsch dann auch ins neue Jahr. Und da sehen wir uns ja nochmal im neuen Jahr. Also, wir müssen wirklich gespannt sein. Da erfahren wir noch ein bisschen mehr über den Florian. Ja, sehr, sehr gerne. Dir auch einen guten Rutsch und komm gut rüber. Alles klar, in diesem Sinne. Und das Einschalten nicht vergessen. Bis dann. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung. Okay. -